Die Parolen sind laut hier vor dem NPD-Büro in der Odermannstraße. Doch die wenigen Versuche, die Absperrung zu überwinden, sind eher zaghaft. Insgesamt 650 Demonstranten der antifaschistischen Kampagne Fans Off und des Erichs-Heigner-Haus e.V. protestieren überwiegend friedlich in zwei zusammenlaufenden Kundgebungen gegen das NPD-Zentrum. Bereits nachmittags kamen die Teilnehmer zusammen, obwohl der als Neonazi geltende Karl-Heinz Hoffmann seinen Auftritt im NPD-Büro kurzfristig abgesagt hatte. Wir sind sehr froh, dass Karl-Heinz Hoffmann nicht hier ist. Das war unser erklärtes Ziel, dass dieser Nazi hier erst gar nicht erscheinen soll. Das ist gelungen, er ist nicht hier. Was wir aber noch lange nicht erreicht haben, ist unsere zweite Forderung, die hieß Schließung des Nazizentrums in der Odermannstraße. Weil das ist letztendlich der Herd des ganzen Übels. Auch Oberbürgermeister Burkhard Jung zeigt an diesem Nachmittag Flagge. Er spricht sich nicht nur für die Abschaffung des NPD-Büros aus, sondern für ein generelles Verbot der Partei. Ich kann nicht akzeptieren, dass wir mit unserem Geld, mit Steuergeld, eine verfassungsfeindliche Partei finanzieren, die wiederum dann dieses Geld nutzt, um den Boden zu bereiten, ja, Verfassungsfeinden und letztlich, wie man sieht, auch mördern. Klare Worte, an denen die Mitglieder von Fans of jedoch in ihrer Kundgebung scharfe Kritik üben. Der Umgang der Stadt Leipzig mit dem NPD-Zentrum sei unglaubwürdig und ein Lehrstück politischer Ignoranz. Unabhängig von Fans of sieht auch Frank Kimmerle Versäumnisse bei der Politik. Generell wurde es unterschätzt, wie Rechtsextremismus organisiert ist. Es wurde auch viel kleingeredet. Aber wie gefährlich der Rechtsextremismus ist und dass es Mörderbanden sind, das wissen wir nicht erst seit der Entwicklung in Zwickau. Vor dem NPD-Zentrum ist den ganzen Nachmittag über kein Mitglied der Partei zu sehen. Nur die Schatten der aufgehängten Flaggen flattern nach Einbruch der Dunkelheit im Licht der Scheinwerfer.